Leute, da hab ich alle Namen gezogen. Pech, hast du jetzt alle Namen, das hast du davon. Oh, ich brech weg. Hallo und herzlich willkommen hier auf die Miris und ich komm jetzt mal ganz nah an die Kamera, weil das bestimmt total gar nicht stört oder so. Na dann hau ich jetzt ab. Tschüss Leute. Oh, guck mal, da ist Essen. Hey, Lüch wegnehmen, was soll denn das? Oh, da vorne ist auch noch was drin. Hey, die Frau nimmt alles weg, was soll denn das? Total doof. Ah, da hinten ist noch was. Okay, dann gönne ich mir das jetzt. So, ich, äh, wir können jetzt mit dem Video anfangen, übrigens, ne? Also, da sind die Namen drin und dann legen wir jetzt einfach los. Ey, los, mach mal hin. Was ist das hier? Den check ich nicht, der ist komisch. Ey, Pudding, du stinkst, das wollte ich nur gesagt haben. Du stinkst. Solltest du mal wieder duschen gehen, ey? Ja, ich weiß nicht, du darfst nicht duschen, du bist ein Blöder, ey. Was weißt du eigentlich? Oh, dann putz dich mal. Nee, das ist nicht so faul zu. Du stinkst nach Kacke. Du auch. Daikiri mag es nicht, wenn ich meine Nase hochziehe. Hier sehen Sie einen Daikiri, der beim Filmdrehen einfach einschläft. So gemütlich ist das hier, mit uns zu drehen. Wow. 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 Wo ist ein Sackgesicht? Wo ist ein Sackgesicht? Gib mir jetzt das Essen, ich sehe, dass das da oben ist. Verdammte Hacke, wie komme ich denn da hoch? Ich will mal gucken, ob man das da reinlässt. Ja, alles klar. Ich will auch mal gucken. Wo ist denn das Essen hin? Ich verstehe das nicht. Kann ich die Kabel hier essen? Nein, ganz sicher nicht. Ist es dahinter? Er sieht, dass es da oben ist. Er riecht das, aber er weiß nicht, wie er hochkommt. Das ist der Wahnsinn. Schön, dass du da hinkackst. Das finde ich gut. Das kannst du echt gut. Das ist toll. Oh, kannst du das gut. Oh, du bist der größte Kacki der Welt. Oh, Daumen rauf für den Kacki-Master. Ist doch nicht wahr. Unfassbar. Wie komme ich jetzt da oben hin? Ich ticke das nicht. Mann, no. Total nervig. Ey, Noah, kannst du aufhören, die Couch zu fressen? Bist du in deiner Klatsche? Hey, du. Komm mal her. Was soll das? Hey, hallo. Wer bist du denn? Dich kenne ich nicht. Ups. Oh, toll. Er hat ganz viel Kacke überall an der Pfote. Kein Wunder. Super gemacht, Aykiri. Wow. Ja, ist da hinten weg seine Kacke gelaufen. Ganz toll. Ja, du kannst mich jetzt so lange angucken, wie du willst, Sarah. Ich mach trotzdem nicht mit. Selbst schuld. Mach da jetzt mit. Ich glaub, er hat keinen Bock. Mach mit. Mach selber mit hier. Mach deinen Quatsch alleine. Was soll denn das? Na, ich kacke so viel ich will. Geh da jetzt an diesen Kasten. Guck mal, ich bin niedlich, ich kann mich putzen. Hör auf abzulenken. Da haben wir schon extra was Leckeres zu essen mit reingetan, damit sie da rangehen und sich das selber aussuchen können, damit sie dann rumbuddeln. Und trotzdem machen sie es nicht. Was, da ist was zu essen drin? Dann kann ich mal gucken, ob da was da ist. Da kann ich aber auch draus fischen. Oder ich gehe einfach wieder. Hi, Sarah, ist alles klar? Hey, da hinten liegt Frischfutter. Wusstest du das? Und ich hab wieder jedes Meerschöntchen von der Seite drauf. Ah!